Dieses Schema zeigt, wie sich das Gerstenkorn am Anfang der Keimung verändert. Der Keimling treibt Wurzelkeime aus, die die Umhüllung durchdringen. Gleichzeitig schiebt sich der Blattkeim unterhalb der Spelze zum Kornende vor. Parallel dazu werden vom Keimling Wuchsstoffe ausgesandt, die die Bildung von verschiedenen Enzymen einleiten. Diese Enzyme lösen den harten Mehlkörper zunehmend auf, sodass beim späteren Einsatz des Malzes in der Brauerei die Stärke besser abgebaut wird.